Hallo zusammen, hier ist wieder Heutjala und heute wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Video präsentieren. Heute gibt es nämlich mal wieder ein Collection Update. Ich versuche nämlich die jetzt wieder so ein bisschen regelmäßiger zu machen. Das letzte ist etwa einen Monat her. Und zwar habe ich da ja meine mehr oder minder schöne Tabelle, wo wir das ein bisschen gucken können. Das letzte hatten wir am 16.07. gemacht und jetzt haben wir den 14.08. Ja, fast einen Monat her. Ein bisschen was ist an der Collection Front quasi wieder weitergegangen. Leider nicht sonderlich viel. Ich würde sagen, wir können gleich mal so ein bisschen die Position durchgehen. Ich würde sagen aber als allererstes schauen wir einmal hier im Dart of Azeroth rein. Ich war das letzte Mal auf World Bank 11. Das ist auch immer noch so. Liegt einfach daran, ich habe nicht sonderlich viele Punkte hochgepusht. Ich habe jetzt hauptsächlich im Collection Bereich Sachen gemacht, die zwar zeitaufwendig sind, aber nicht viele Punkte bringen, wie zum Beispiel dieses ganze Covenant-Gedöns, also diese ganzen Covenant-Sets, habe ich jetzt mit sowohl Kette, Stoff und Platte angegangen, dass ich halt die verschiedenen Gebäude gebaut habe und dann versuche an die verschiedenen Sets zu kommen. Jedes T-Mock von dem Set bringt halt nur einen Punkt in Anführungszeichen, sprich da kommt nicht sonderlich viel rum, aber es ist halt ein Haufen Aufwand, dieses ganze Zeug durchzuspielen. So letztendlich habe ich meinen Berufszeugen ein bisschen weitergemacht, da war ich ja letztens schon sehr, sehr weit. Da habe ich jetzt auch die Marken soweit fertig für die Juve-Sachen oder ich meine zumindest, dass ich sie fertig habe. Da wird, ja, die Tage dann wahrscheinlich auch nochmal Videos zu kommen, die habe ich nämlich noch nicht ausgegeben. Und dann hatte ich relativ viel zu tun mit Endgame-Sachen, würde ich jetzt mal sagen, was mit dem Collecten nur am Rand zu tun hat. Letzte Season habe ich ja noch ganz am Schluss PvP gemacht, um mir den Gladi-Drachen zu holen und das war zeitaufwendig tatsächlich. Und jetzt, Anfang der Season, habe ich jetzt halt schon einiges an Zeit investiert, um dementsprechend ein bisschen im M-Plus zu gucken, ein bisschen was Raid-technisch. Ich habe ja schon ein bisschen Arena auch gespielt und ja, um da so ein bisschen weiterzukommen. So, genug das vorgeplängelt. Jetzt schauen wir einmal rein, was ich Overall-Plus gemacht habe. Ich habe jetzt gerade mal an Collection-Punkten 827-Plus gemacht. Das ist halt fast nichts, aber das ist halt, ja, hauptsächlich das T-Mock. Und glaube ich, 1, 2 Mounds sind da tatsächlich auch dabei. Dann beim Ranking ist es eigentlich dabei geblieben. Ich bin auf Platz 11. Ich war zwischenzeitlich mal einen Ticken höher noch auf Platz 10, glaube ich, wieder. Aber das ist alles relativ nah beieinander. Dann an Achievement-Punkten. Ähm, warte mal, habe ich kein einziges Achievement gekriegt? Das sind jetzt alles Heldentaten gewesen, oder? Weil 0 Achievement-Punkte, ich habe doch einiges gemacht. Naja, doch, eigentlich müsste ich Punkte gekriegt haben, das verstehe ich nicht ganz. Weil ich habe diese schicksalshafte... Ah, die Punkte sind falsch, ne? Habe ich das falsch eingetragen? Ah, wait, wait. Das müssen wir jetzt mal kurz nochmal checken. Äh, ich habe die Achievement-Punkte falsch eingetragen. Perfekt. Ich denke mir doch gerade... Ich habe ein paar Erfolge gekriegt. Das meiste waren tatsächlich Heldentaten. Ich habe das jetzt gerade nochmal kritisiert. 20 Punkte habe ich bekommen. Und zwar war ich mit einem Gilden-Run mal im HC noch unterwegs. Die haben abends so einen Run, wo die quasi dann halt Family und Friends auch mitnehmen. Und da hat es ein paar Punkte gegeben. Unter anderem für Castle Nastria. Äh, zum Clearen. Das hat schon mal ein bisschen was gegeben. Äh, für diese schicksalshaften Sachen, ne? Dann gibt es das normale Achievement- und das HC-Ding. Und, ähm, das andere sind halt alles Heldentaten. Ich habe jetzt halt, ähm, alle Keys einmal auf 15 aufwärts jetzt in beiden Wochen gelaufen. Das hat schon einiges in Zeit gekostet tatsächlich, um da das, ähm, Zeug zu machen. Und dann halt schon mal ein bisschen das Gear abzugraden. Aber da geht, denke ich mal, die nächsten Tage noch ein bisschen mehr. Ähm, ich hatte ja auch noch ein paar mehr Heldentaten drin. Unter anderem habe ich ja, ähm, letzte, Season noch am Ende das Gladiator-Mount mir geholt. Hatte ich ja auch schon im Waste-of-Money-Video gezeigt. Kann ich vielleicht auch nochmal hier zeigen. Also das hier, ne? Ich hatte das ja von der zweiten Season schon. Und jetzt das von der dritten Season. Und aus BFA hatte ich ja auch quasi schon eins. Das ist halt auch eins von den Mounts, die da, ähm, jetzt dazugekommen sind. Dann kann ich mal Schlüsselmeister noch eingeben. Ich habe mir natürlich jetzt auch wieder, ähm, das von der Season geholt, ne? Da brauchst du ja den 2K-Score. Das ist auch nochmal ein Mount, was dazugekommen ist. Und jetzt gehen wir mal in der Liste weiter. Genau, das sind nämlich die Mounts. Drei Stück. Ich glaube, da kam noch ein Shop-Mount dazu, meine ich. Meine schon, ja, genau. Ähm, Petscore, Toys ist nichts gegangen. Da kam jetzt auch nichts Neues dazu. Dann haben wir ein paar Appearance. Das ist 367. Ich weiß gar nicht, ähm, warum das so viele sind. Weil eigentlich von den Covernants sind es nicht so viel Stuff. Dann habe ich einen Titel bekommen. Ehrlich gesagt weiß ich auch nicht, was das für ein Titel ist. Weil der Gladiator-Titel kann es nicht sein. Der wird dir, glaube ich, ähm, wenn du nicht R1 bist, wieder removed nach dem Ende der Season. I don't know, was ich für einen Titel bekommen habe. Vielleicht, ah, vielleicht über, über, ähm, M+. Vielleicht gibt es da irgendwas. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Äh, Reputations habe ich ja auf Maximum. Da kann ich nichts dazu kriegen. Drei Rezepte habe ich bekommen. Und, äh, zwei, zwei Quests. Ich weiß jetzt auch nicht, was das für Quests sind. Die Rezepte, da können wir gleich nochmal reingucken. Machen wir jetzt aber erstmal das hier fertig. Feast of Strength sind neun, seht ihr? Also, das habe ich gesagt. Ich habe einige Heldentaten bekommen. Bringe aber alle keine Punkte. Dann Alls. Ich habe nochmal, ähm, vier Chars in der Zeit jetzt auf Max-Level gespielt. Also, ich hatte 48 Max-Level Chars und jetzt 52. Liegt einfach daran, ich spiele immer nebenbei, wenn nichts zum Tun ist. Auf dem zweiten Account ein bisschen Pet Battle. Und das ist nicht schnell, ne? Das will ich jetzt nicht behaupten. Das, äh, aber so nebenbei kann man langsam meine Twings hochspielen. Und ich habe ja meine ganzen Chars auf 50 gehabt. Und jetzt ziehe ich die langsam alle auf 60 über Pet Battle. Ähm, Allscore ist aber irgendwie runtergegangen. Ich glaube, ich habe letztens, ähm, quasi zu viele Chars auf dem Account und habe ein paar Test-Chars gelöscht, die ich halt fürs T-Mog, ähm, ja, fürs, ähm, T-Mog-Lernen erstellt habe. Deswegen ist das wahrscheinlich ein Minus- und Honor-Level. Gut, ich habe ein bisschen PvP am Ende letzter Season noch gemacht. Das waren jetzt hier nochmal acht Honor-Level, also von 915 auf 923. Wie gesagt, das bringt halt überhaupt gar nichts. Aber, ja, irgendwann komme ich nur auf 1000, ne? Kann mir was darauf einbilden, dass ich 1000 Honor-Level habe. Ein paar ehrenhafte Siege. Und, ähm, hier unten als letztes im, ähm, ähm, äh, im All the Things sind wir von fehlenden 30.000 irgendwas Items auf 28 runter. Das ist tatsächlich schon einiges, weil viele Sachen sind halt doppelt und dreifach bei den verschiedenen Covernants drin. Und da habe ich mir viel geholt. Dementsprechend ist da einiges runtergegangen. 1000, 7 oder irgendwas Items ist schon einiges. Und das sind quasi von fehlenden, oder was weiß ich, hab 81,15% auf 82,03, dann kommen wir 88% hauptsächlich coverndes Zeug. So, ich würde sagen, wir kommen jetzt als erstes mal zu den Rezepten. Und zwar, ähm, schauen wir mal rein, wo ist es? Hier, ne, nicht hergestellte Items, sondern Berufe. Und ja gut, da haben wir, warte mal, mach das mal ein bisschen größer. Da habe ich das Angelding drin, aber das sind Items, die ich kaufen kann. Also das zähle ich jetzt nicht unter Berufe, ehrlich gesagt. Äh, die werde ich irgendwann mal im Haar kaufen. Selbiges bei Schlossknacken, ne, das sind halt irgendwelche Waffen, die in Kisten drin sein können. Das würde ich jetzt auch nicht unter Berufe zählen, aber gut, die kann man sich auch alle im Haar kaufen. Was interessant ist, ist beim Schneider, ähm, den Hut, den habe ich leider noch nicht. Den gibt es einmal über Cutter Worldbosse unter anderem. Ich habe schon mit meinem Hexer Gar schon ein paar Mal umgehauen. Ich glaube, gestern oder vorgestern habe ich mal, ähm, sowohl Gar im War-Mode und im Non-War-Mode umgehauen. Den Typen in Uldum zweimal im War-Mode und im Non-War-Mode. Und dann habe ich auch noch den anderen hier im Schattenhochland gekillt. Muss mal gucken. Vielleicht die auch noch, muss ich die auch mal noch schauen, die es einmal in Vashir gibt. Da hat man verschiedene Möglichkeiten, diese Worldbosse umzuhauen. Die hatten früher drei Tage Abklingzeit, dass die wieder gesporned sind. Mittlerweile sind es, glaube ich, nur noch drei bis fünf Stunden oder so. Aber es ist trotzdem ein bisschen eklig, das zu farmen. Auf WeWhead gibt es Leute, die sagen, die haben dann irgendwie über 10.000 Mal getötet, bis sie das Rezept hatten. Also das ist eher eine ätzende Geschichte. Und das andere, was mir noch fehlt, sind halt ein Haufen Juve-Rezepte. Ihr seht es hier 246. Die werde ich mir jetzt aber bald holen, weil die Marken dafür habe ich gefarmt. Also da sieht es gut an der Front aus. Das sind halt hauptsächlich Cataclysm und Wattel, diese Marken. Und dann fehlt mir noch ein Hals in Legion. Ich habe mittlerweile zwei Chars, wo ich den jeden Tag im HC umhaue. Den Boss und einmal, also quasi sieben Mal die Woche im HC und einmal im Mythic, haue ich den mit zwei Chars um. Bedeutet, ich habe 14, 15, 16 Chars die Woche, haue ich auf den seit Monaten. Und das Ding droppt nicht. Das ist so das letzte Drop-Rezept, was ich quasi mit dem Juve holen kann. Und das will er halt einfach nicht. Das sind die Sachen, die ich quasi noch gebraucht habe oder jetzt noch brauche. Und ja, das Inschriftenkunde, wie ihr seht, ist komplett rausgefallen. Da habe ich jetzt letztens von den Parallel-Kisten ein bisschen Glück gehabt. Und dementsprechend ist das einmal weg. Das kann ich euch auch hier vielleicht nochmal zeigen im Data for Azeroth. Da kann man das auch ganz gut sehen. Profession, schauen wir mal aus. Ihr seht, Alchi habe ich alles. Blacksmith habe ich alles. Beim Kochen sind noch ein paar Hordenrezepte drin. Die sind irgendwie im All the Things nicht drin. Warum auch immer, ich weiß es nicht. Aber die kriege ich erst beim Feiertag. Das sind 1, 2, 3, 4, 5. Chanting habe ich alles. Inji habe ich. Kräuterkunde auch. Inschriftenkunde auch. Juve lassen wir jetzt mal kurz aus. Leder habe ich alles. Mining, Skinning und Tailoring ist halt das eine. Und Juve, seht ihr, das sind halt diese ganzen Sachen, die man über die Marken kriegt. Hier ist es so, dass 99% über die Marken sind. Ein Rezept droppt halt noch in Hallen der Tapferkeit. Und ich glaube, drei Rezepte sind es noch, die auch bei diesem Cutter World Boss droppen können, wo auch dieses Schneiderrezept droppen kann. Zwei davon sind, glaube ich, noch BOE. Die kann ich im Haar kaufen. Das eine muss ich halt quasi gedroppt bekommen. Und ich kaufe mir die BOE-Teile nicht, bis ich die anderen Dinger habe. Weil sonst kaufe ich mir die und kriege die beim Farmen der anderen vielleicht. Und das wäre natürlich dann gewastet, das Gold. Und ich waste eh schon genug. Juti, das ist soweit das Zeug bei den Berufen. Wie gesagt, da ist im Moment ein bisschen auf Standby. Aber was ich mache, sind die Covenant-Sachen. Und da sieht es schon sehr, sehr gut aus. Ich kann euch mal zeigen, wie es mit den Sets aussieht. Exemplarisch nehme ich jetzt mal meinen Hunter. Weil mit dem, ja, habe ich ähnlich viel bei den anderen drei Rüstungsklassen. Also beim, warte, wir können einmal kurz auf den Main zurückgehen. Beim Leder-Set-Gedönse, seht ihr ja, da habe ich alles Mögliche schon. Da passt das, oder wo sind die Sets von den Covenants hier? Seht ihr, die habe ich alle schon lange gefarmt, am Anfang der Expansion. Und ich habe ja vorhin schon angeschnitten. Jetzt bin ich aktuell gerade dran, die anderen drei Rüstungsklassen zu machen. Also Kette, Platte und Stoff. Und ja, da muss man einiges hustlen. Man muss halt die ganzen Kampagnen alle nochmal durchspielen mit jeder von der Rüstungsklasse. Man muss halt die ganzen Gebäude aufbauen, muss das Animal raushauen und so weiter. Wo war ich das letzte Mal stehen geblieben? Es war, glaube ich, so, dass ich noch, also man kann das ja hier sehen, wenn man über Sachen drüber fährt, da habe ich noch 500 irgendwas, 1000 Anima gebraucht, um Sachen zu kaufen. Jetzt brauche ich nur noch 69.000 Anima, um die restlichen Sachen zu kaufen. Und es waren, glaube ich, noch 1000 dankbare Gaben habe ich gebraucht. Und jetzt sind es noch, ihr seht, 70. Also ich brauche nur noch 70 dankbare Gaben. Dann kann ich mir alles Restliche kaufen. Und nur noch 69.000 Anima, um mir auch das restliche Zeug kaufen zu können. Und ja, jetzt gucken wir mal rein. Also bei den Necrolords habe ich jetzt sowohl die Kampagne gespielt, und zwar mit allen Charts, also mit allen Rüstungsklassen, sogar auch mit einem DH, um die Gläwe zu kaufen. Und die Ruhmsets habe ich auch schon. Bei dem Einigkeitsset, das kriegt man, wenn man die Monstro-Hirten-Flickerei auf Max hat, kann man ja diese Teile immer random holen. Da habe ich mittlerweile schon sechs auf allen Charts. Und bei der Flickerei habe ich jetzt mit dem Hunter bei den Weekly-Quests sieben Teile. Ich glaube, bei dem Priester und dem Worry sind es weniger. Mit dem einen habe ich da erst fünf, mit dem anderen, glaube ich, sechs Dinger. Also da hinke ich mit den anderen beiden noch ein bisschen hinterher. Aber bei dem sind wir schon bei sieben. Dann bei den Neidfee. Ich sehe, da habe ich alle Sets. Und zwar mit allen Rüstungsklassen. Da war es relativ easy. Kampagne habe ich halt letztens durchgespielt. Ruhm ist eh easy. Und das Winterborn-Set, da muss man ja einmal den Ruf auf Ehrfürchtig bei einer Fraktion haben. Und zwar Hof der Nacht. Das habe ich mit allen Charts auf Ehrfürchtig gefarmt. Dann kann man sich das einfach kaufen. Und beim Konservatoren-der-Königin-Set, da muss man es einfach nur auf Max haben. Dann kann man es sich auch für Anima kaufen. Also das war eigentlich das Einfachste. Dann kommen wir als nächstes zu den Event hier. Hier ist es so, dass ich das Ruhm-Set mit allen Charts habe. Die Kampagne habe ich jetzt mit dem Hunter durch und mit dem Worry. Mit dem Druid natürlich auch. Und ich bin gerade an der Kampagne dran mit meinem Priester und mit dem DH. DH hat auch Leder-Set, aber ich muss mit jedem nochmal ein DH hochspielen. Was immer eine Gläwe über die Kampagne am Ende beim Händler zum Kaufen gibt. Deswegen muss ich das nochmal machen. Und da bin ich gerade bei der Kampagne, glaube ich, bei 7 von 9. Also ich muss noch zwei Kampagnen-Abschnitte machen. Dann habe ich auch mit dem Stoff bzw. mit dem DH einmal das Kampagnen-Set fertig. Und dann gibt es noch zwei andere Sätze. Einmal Reisenetzwerk. Da muss man das Reisenetzwerk auf max basteln. Und dann kann man jeden Tag so Spiegel durchschreiten. Drei an der Zahl. Und da gibt es dann in der Kiste random einen Teil. Mit dem Hunter bin ich da fertig. Mit dem Priester bin ich auch fertig. Leder ist sowieso schon abgehakt. Mit dem Druid schon lang durch. Und mit dem Worry fehlen mir, glaube ich, noch zwei Teile, meine ich. Genau. Also nur noch mit dem muss ich das Reisenetzwerk machen. Und beim Gluthof bin ich bei allen Chars, bis auf den Leder-Chars, da habe ich es natürlich, bei 8 von 9. Da muss man einfach, um das letzte Teil kaufen zu können, beim Gluthof, hier bei der Fraktion, auf ehrfüchtig sein. Ich habe jetzt eigentlich bei allen Chars, weil das alles Menschen sind, den Gluthof auf 2.000 von 21.000. Also respektvoll habe ich das schon mal. Und du kriegst knappe 4.500 Ruf pro Woche, wenn deine Typen, also alle vier, auf quasi guter Stimmung im Gluthof sind. Heißt, ich kriege in vier Wochen 18.000. Und die Kacke ist, ich bräuchte halt 21.000. Also die 2.000 plus die 18.000 sind halt 20.000. Also ich muss halt nicht vier Wochen das noch machen, sondern fünf Wochen. Und dann habe ich es einfach. Das ist halt einfach ein bisschen getimegatete Sache. Genau. Und bis dahin habe ich bestimmt mit dem Worry auch das letzte Reisenetzwerk gedöhnt, so hoffe ich zumindest. Und die Kampagne müsste ich dann zweimal schon durchhaben. Und das letzte, was wir noch haben, sind die Koreaner. Und hier ist es so, dass es einmal ein Roomset gibt. Das habe ich quasi mit allen. Dann gibt es ein Pfades-Aufstiegssets. Da musst du einfach alle Fights auf Demut einmal spielen. Das Set habe ich auch schon mit allen gemacht. Die Kampagne, die habe ich mit einem Worry und mit meinem Druid, also Leder schon, also mit zweien. Die muss ich jetzt halt nochmal mit meinem Hunter spielen, mit dem Priester und mit dem DH. Und das andere Set hier, Pfades-Aufstiegs, das kriegt man, wenn man einen Chiefwind holt. Und zwar Jünger der Demut heißt es. Jünger der Demut. Oder ich gebe einfach mal nur Demut ein. Demut, hier ist es. Da muss man einfach jeden Kampf, wie ihr hier seht, mit allen von diesen Dudes machen auf der Demut-Stufe. Also das ist quasi das krasseste Achievement. Ihr seht schon, mit dem Hunter habe ich schon einige Kämpfe freigeschalten. Das Blöde ist, Mechanikos schaltet man immer erst dann frei, wenn man die Kampagne zum Teil gemacht hat. Heißt, ich muss erst die Kampagne spielen und dann kann ich die restlichen Fights freischalten. Mit dem Worry habe ich das tatsächlich schon gemacht. Der Worry hat auch schon alle Kyrianer-Sets und der Druid natürlich auch. Heißt, das muss ich mit dem Hunter noch machen und mit dem Priester. Ja, erstmal Kampagne spielen und dann quasi die ganzen Fights noch spielen. Ja, das ist es soweit. Ich vermute am längsten, also hier die Kyrianer-Ding ist eine Fleißarbeit, da muss ich einfach nur Zeit rein investieren. Was jetzt noch ein bisschen dauern wird, ist halt beim Gluthof, dass ich jetzt noch fünf Wochen den Gluthof mache. Und was halt RNG ist, ist halt blöderweise Monstrositäten-Flickerei. Dass Quest kommen fürs Einigkeitsset, beziehungsweise, dass in der Flickerei die richtige Weekly-Quest kommt, dass ich da noch die Teile kriege. Das ist halt ein bisschen RNG, mal gucken. Aber ja, damit bin ich eigentlich schon ganz gut aufgestellt. Und da wisst ihr auch, wo ich jetzt in letzter Zeit einen Haufen Zeit rein investiert habe. Was halt leider, wie gesagt, wenig Score in Anführungszeiten bringt, aber halt doch schon einiges an Zeitfrist. Ich bin froh, wenn ich damit durch bin. Und ich denke mal, vor Shadowlands, äh, Shadowlands sage ich, vor Dragonflights dürfte ich es auf jeden Fall noch schaffen. Und ja, ich werde jetzt die nächsten Tage noch meine Juwel-Marken ausgeben, um diese 246 Rezepte zu kriegen. Minus, glaube ich, zwei oder drei, die man quasi woanders kriegt. Warte mal, ich könnte doch eigentlich wahrscheinlich das hier auch Source, ähm, mal ein bisschen filtern. Und zwar, Drop, ah, seht ihr, drei Stück sind, äh, vier Stück sind in Drop und Vendor. Komisch, dass die nicht beim Vendor drin sind. Eigentlich müssten, ah, Special Currency, da sind sie drin. Ja, also seht ihr, ähm, nehmen wir hier mal den, wo ist es, Drop raus. Special Currency, die ich mir kaufen kann, 242. Und dann sind es halt die vier, die, äh, noch droppen können, ne? Also das eine, was ich meinte, hier von Odin, wo ich jetzt immer dran bin und die von diesem World Boss, wo auch das Schneider-Rezept droppen kann. Na ja, mal gucken. Die werden halt noch ein bisschen ätzender tatsächlich. Gut, damit, äh, sind wir eigentlich schon wieder durch mit dem Ganzen. Mein Plan ist jetzt erstmal für die nächste Zeit, ähm, die Covenant-Sets fertig zu machen. Die Juwe-Marken rauszuhauen und sobald ich das hab, ähm, schaue ich dann, dass ich mit den Quests losleg, ne? Vorher will ich halt optimalerweise noch hier meine Keys fertig kriegen. Es gibt ja wieder Portale, sowohl für die ganzen Dungeons, also wenn man, ähm, beide Kara-Teile zum Beispiel, ähm, 20 in Time hat und beide Mechagon-Teile, 20 in Time hat, kriegt man jeweils eine Chief-In, beziehungsweise einzeln gibt's einmal für Grim-Rail und für Eisendogs auch nochmal eine, ähm, eine Heldentat. Die bringt keine Punkte und gibt dann wieder so ein schickes Portal. Ich kann euch das mal zeigen. Das haben wir nämlich einmal, äh, wo haben wir das hier? Da gibt's dann Portale, wo man sich quasi hinporten kann. Nur die kennt man ja jetzt auch schon hier aus den M-Plus-Dungeons. Selbiges gibt's übrigens auch für die Raids, ähm, da muss ich mal gucken. Aktiv bin ich nicht am Raiden, da werde ich mir wahrscheinlich, ähm, umgucken, ob ich mir da irgendwas kaufen kann, weil die möchte ich natürlich auch mitnehmen. Gut, ich würde sagen, wir sehen uns in einem Monat wieder. Ich hoffe, bis dahin habe ich die meisten Sachen, ähm, von den Sachen abgehakt und dann können wir uns mal ranhocken und zwar an eine Sache mit den, ach ne, das ist hier Blattmaul, das ist das Falsche. Habe ich vorhin wegen Trinkets noch geguckt, welche ich nehmen kann. Ähm, dann können wir uns hoffentlich noch ranhocken wegen den Quest-Geschichten und zwar schauen wir jetzt da einmal noch kurz rein. Ähm, da will ich ja als nächstes weitermachen. Ihr seht, ich bin jetzt bei 17.200 irgendwas Quests und da gehen halt noch einige, ne. Wenn wir jetzt hier auf den ersten gucken, der ist da irgendwo bei 18.800. In die Richtung will ich kommen, heißt, da will ich die Hordenquests machen. Vielleicht schaffen wir das noch vor Dragonfly, das wäre ganz schön, sonst, wenn eine neue Expansion rauskommt, hat man natürlich immer einen Haufen anderes zu tun. Gut, ich hatte es gefreut, dass er dabei war. Ich verabschiede mich, ähm, jetzt für das Video und ja, in einem Monat gibt's dann wieder ein Collection-Update in etwa. Bis dahin, euer Schüler, ciao.